Die Szene im Hintergrund ist Ihnen sicher vertraut. Um die Lackierqualität zu gewährleisten, wird jede Karosserie am Ende des Lackierprozesses aufwendig kontrolliert und bei Bedarf nachgearbeitet oder sogar neu lackiert. Das Resultat? Höherer Aufwand und höhere Kosten. Mit DXQ Plant Analytics kann der Mehraufwand durch eine geeignete Auswertung der Daten reduziert werden. Gleichzeitig hilft die Software den Qualitätsverantwortlichen, Muster aus den Defekten abzuleiten und Zusammenhänge frühzeitig zu erkennen. Was ist die Grundlage für die Auswertung der Daten? Die Defekte werden während der Oberflächeninspektion kontinuierlich digital erfasst. Die Daten werden zur analytischen Weiterverarbeitung und Auswertung gespeichert. Besonders hilfreich ist dies für die Feststellung von Fehlermustern. Die hohe Vielfalt der Produkte und die großen Datenmengen erschweren es, rein visuell, also mit bloßem Auge, eine Systematik in den Defekten zu erkennen. Hier können die spezifischen Algorithmen von DXQ Plant Analytics weiterhelfen. Ein Beispiel. Während der Oberflächeninspektion hat der Mitarbeiter einen Schmutzeinschluss im Lack entdeckt und mit Hilfe seines Tablets digital erfasst. DXQ Plant Analytics wertet nun im Hintergrund die Daten aus und sucht nach Gemeinsamkeiten von Karosserien mit ähnlichem Fehlerbild. Hierfür nutzt DXQ Plant Analytics datengetriebene Machine Learning Modelle. Ist der Fehler erkannt, erfolgt die Qualitätsoptimierung durch das OEM Qualitätsmanagement. Diese stützt sich auf die von DXQ vorgeschlagenen und durch das Machine Learning erfassten Zusammenhänge zwischen Oberflächenfehler und Lackierprozessparameter. Eine zeitraubende Suche nach der Fehlerquelle ist quasi entfallen. Die Ergebnisse von DXQ Plant Analytics kann der Qualitätsverantwortliche bei der Analyse der Qualitätsdaten an seinem Arbeitsplatz einsehen. So werden neben einer übersichtlichen Darstellung der Qualitätsstatistiken von den Algorithmen gefundene Muster und Zusammenhänge bereitgestellt. In diesem Beispiel weist der Lackierprozess eine ungewöhnliche Häufung von Verschmutzungen in den letzten Wochen auf. Anscheinend treten sie immer bei bestimmten Farbwechseln zwischen hellen und dunklen Farben im Basislack auf. Die Software informiert den Qualitätsverantwortlichen zielgerichtet darüber und stellt Grafiken zur Verfügung, die er als Gesprächsgrundlage mit seinen Kollegen aus der Produktion teilen kann. Gemeinsam erörtern sie die Problematik und entsprechende Lösungswege. Automatisch generierte Reports unterstützen bei einer effizienten Kommunikation. In unserem Beispiel fällt auch auf, dass für die betroffene Farbe eine neue Charge eingefüllt wurde. Die Produktionsverantwortlichen wissen nun, was zu tun ist und machen sich daran, das Problem zu lösen. DxQ Plant Analytics ermöglicht es Ihnen, die verschiedenen Optimierungsschritte zu verfolgen und die Verbesserungen der Qualitätszahlen zu überwachen. Und wie geht es weiter? Nach zwei Monaten sind, dank maschinellem Lernen, Verbesserungen der Qualitätszahlen auf den Visualisierungen der Software zu erkennen. Das Beispiel der Nutzung von DxQ Plant Analytics zeigt, dass also in kürzester Zeit Erstläuferquote und Gesamtanlageneffektivität gesteigert werden können. Also das Problem wurde top gelöst. Sehr gut. Okay. ZDF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-RN-DF-R